Hallo zum Sport am Montag mit den ersten Ergebnissen vom Wochenende und danach gibt es noch Fußball aus Balingen. In der ersten Basketball-Bundesliga kassierten die Tigers Tübingen bereits am Freitagabend eine 75 zu 92 Niederlage gegen die Rostock Seawolves. Für die Gäste war es nach insgesamt 13 Niederlagen in Folge der erste Sieg in diesem Jahr. Die Tigers sind nun Tabellenletzter, da Kralsheim gegen Fechthag gewonnen hat. Beide Teams haben jeweils sechs Siege, ebenso wie Heidelberg. Die Academics spielen am Abend noch in Hamburg. Vor rund 2800 Zuschauern lagen die Gastgeber bereits zur Pause mit 20 Punkten zurück. Karlaizakis und Jackson waren die besten Werfer. Neuzugang Gaines kam bei seinem Debüt auf 8 Punkte. Für mich war es das erste Mal, dass die Zuschauer gepfiffen haben und das war gerechtfertigt. Ich möchte mich für die fehlende Energie und den Zusammenhalt bei den Fans entschuldigen. Es sieht so aus, dass wir Drucksituationen gegen die direkten Konkurrenten nicht standhalten können und offensichtlich Angst vor solchen Spielen haben, so Headcoach Denny Jansson. Heute habe ich meine Mannschaft, so wie ich sie in den letzten drei Jahren kennengelernt habe, nicht wiedererkannt. Am Samstag geht es nach Chemnitz. Die Niner sind das Überraschungsteam der Liga und stehen aktuell auf Rang 2. Es bleibt die Hoffnung, dass wir es da besser machen und den Tübinger Basketball sehen, den wir eigentlich kennen, hofft Jansson, der gegen Rostock auf den verletzten Böheim verzichten musste. In der ersten Handball-Bundessiega steht der HBW Balingen-Waldstädten ja schon länger auf dem letzten Tabellenplatz, da Eisenach beim Bergischen HC gewonnen hat, beträgt der Abstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz, also auf Eisenach nun satte sieben Punkte. Der HBW musste sich ebenfalls am Freitagabend beim VfL Gummersbach nach einer guten ersten Hälfte am Ende deutlich mit 25 zu 33 geschlagen geben. Vor über 4.100 Zuschauern war Gretason mit vier Toren der beste Balinger Werfer. 11 zu 45 Punkte hat man nun auf dem Konto. Der BHC hat zwei mehr mit Aufsteiger Eisenach, wie gesagt, sieben mehr. Weiter geht es dann am Freitag in einer Woche mit dem Kellerduell zu Hause gegen den Bergischen HC. Unterdessen laufen ja die Personalplanungen für die neue Runde. Auf der Torhüterposition löst der polnische Nationalspieler Mateusz Konecki den ägyptischen Nationalkieper Mohamed El-Taya ab. Wir hätten gerne mit Mo verlängert, aber seine überragenden Leistungen sind natürlich anderen Vereinen nicht verborgen geblieben, so Geschäftsführer Felix König. Dass sich Mateusz unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit für uns entschieden hat, freut uns aber ganz besonders. Er war unser Wunschkandidat. Der 29-Jährige spielt aktuell ausgerechnet in Eisenach und hat nun für zwei Jahre in Balingen unterschrieben. Egal in welcher Liga, ich werde alles dafür tun, um mit dem Team die Ziele zu erreichen. Ich habe viel Gutes über den HBW und die schöne Region gehört, so der 69-fache Nationalspieler, der zuletzt auch an der EM in Deutschland teilgenommen hat. Tim Grüner wird dann gemeinsam mit Neuzugang Tim Mattes die Linksaußenposition besetzen. Grüner kam ja bereits im Winter vom Zweitliga-Tabellenführer VfL Potsdam und entschied am Tag seiner Verpflichtung in letzter Sekunde das Derby gegen Göppingen. Nach seinen bisher gezeigten Leistungen und auch seinem Auftreten abseits des Feldes mussten wir extern nicht mehr lange suchen, so König. Ich habe mich von der ersten Minute an hier sehr wohl gefühlt und vom Team bin ich super aufgenommen worden. Deshalb ist mir die Entscheidung auch leicht gefallen, so der 20-Jährige. Zwei Siege gegen zwei Top-Teams gibt es aus der dritten Liga zu vermelden. Der VfL Fullingen behielt vor rund 700 Zuschauern, darunter viele VfL-Fans, beim HC Oppenweiler Backnang mit 33 zu 28 die Oberhand. 15 Beide stand zur Pause gegen die vom ehemaligen VfL-Coach Daniel Prag trainierenden Gastgeber. Danach haben wir es extrem gut gemacht. Wir hatten dann mehr Ballgewinne und sind dadurch auch in die erste und zweite Welle gekommen. Mannschaftlich war es brutal geschlossen, egal wer gespielt hat. Es hat immer was funktioniert, lobte Trainer Florian Möck. Ein Sonderlob von Möck gab es auch für die mitgereisten Fans. Ohne sie wäre es deutlich schwieriger geworden. So hat es einfach mega Spaß gemacht. Vielen Dank für die tolle Unterstützung, so Möck. Der VfL hatte in Felix Zeiler, Julius Schmidt und Lukas Fischer seine besten Werfer. In der Tabelle bleibt man auf Rang 4, allerdings nur noch einen Punkt hinter dem HCOB und drei Zähler hinter der SG Leutershausen. Ganz vorne steht der HSC Konstanz mit 41 zu 7 Punkten. Bereits am Freitag spielt der VfL bei der zweiten der Rhein-Neckar Löwen. Die steht aktuell auf Platz 11. Der HBW 2 sorgte mit einem 33 zu 26 Heimsieg gegen die SG Leutershausen für eine Überraschung und konnte den Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf vier Zähler ausbauen. Beide Teams hatten mehrere personelle Ausfälle zu beklagen. Die Gastgeber führten zur Pause vor über 200 Zuschauern gegen die Roten Teufel von der Bergstraße bereits mit 18 zu 13 und konnten sich danach auch dank einiger Paraden von Theo Mestoric Stück für Stück weiter absetzen. Tim Hildenbrand war mit neun Toren der beste Werfer, Dyatlov traf siebenmal und Jan Bitzer sechsmal. Ich bin stolz auf die Jungs, das war eine reife Leistung. Und dieser Sieg tut uns gerade in der aktuellen Tabellensituation extrem gut, so Trainer Micha Thiemann. Am Samstag ist die TGS Pforzheim zu Gast. Der Aufsteiger steht mit zwei Punkten am Tabellenende und bereits als Absteiger fest. Bereits fest steht auch, dass die deutsche Frauennationalmannschaft bei der EM in diesem Jahr dabei ist. In den drei abschließenden Qualifikationsspielen in Heidelberg ließ das Team um die Metzingerinnen Julia Benke und Maren Weigl nichts anbrennen. Und ließ es ordentlich krachen. Dem 43 zu 21 Sieg gegen die Ukraine folgten am Wochenende zwei Kantersiege gegen Israel. Das 46 zu 9 am Sonntag war gar der höchste Sieg einer DHB-Auswahl in der Geschichte. Jetzt gilt der Fokus auf die Olympia-Qualifikation. Die startet am Donnerstag in Neu-Ulm und mehr dazu noch in dieser Woche. Zum Fußball in der Regionalliga Südwest kassierte die TSG Balingen beim FC Homburg die dritte Niederlage in Folge und hat nun elf Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Phil Harris sorgte kurz vor und kurz nach der Pause für die 2 zu 0 Führung. Mit den beiden Toren hat er nun insgesamt 16 und steht auf Platz 1 der Torschützenliste. Lukas Ramser gelang vor rund 850 Zuschauern in der 90. Minute der Anschlusstreffer. Der vermeintliche Ausgleich durch Pedro Almeda-Morais wurde wegen Abseits zurückgepfiffen. Damit bleibt es sechs Spieltage vor Schluss bei 22 Punkten und Platz 16. Am Samstag kommt mit der TSG Hoffenheim 2 der Tabellenzweite in die Bizerba-Arena und mehr aus der Bizerba-Arena folgt dann gleich noch. In der Oberliga besiegelte Niklas Kreuz mit seinem Treffer in der zweiten Minute der Nachspielzeit die 0 zu 1 Niederlage des SSV Reutlingen vor rund 350 Zuschauern beim Aufsteiger TSV Essingen. Der SSV bleibt mit 30 Punkten auf Platz 14, zwei Zähler vor dem FC Denslingen und der ist am Samstag zu Gast an der Kreuzeiche. Am Dienstag in einer Woche steigt dann das Viertelfinale im WEV-Pokal gegen den Regionalligisten VfR Ahlen. Einen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt holten die Damen des TV-Deren Dingen beim FSV Waldebene Stuttgart-Ost. Der TVD ging durch Hildenbrand in der 27. Minute in Führung. Bühler traf dann fünf Minuten vor Schluss für den Tabellenvierten zum 1 zu 1 Endstand. Der TVD bleibt mit jetzt 15 Punkten auf Platz 9. Am Sonntag steht das Heimspiel gegen den Tabellenführer VfB Stuttgart an. Der VfB feierte bislang 14 Siege und kassierte nur eine Niederlage. Allerdings hat man trotzdem nur zwei Punkte Vorsprung auf den SC Sand 2. Zum Schluss noch eine Meldung vom Tennis. Die Metzingerin Laura Siegemund hat beim WTA-Turnier in Kolumbien das Halbfinale verpasst. Die 36-Jährige musste sich im Viertelfinale in Bogota der Tschechin Maria Vuzkova mit 6 zu 2, 2 zu 6 und 5 zu 7 geschlagen geben. Im Achtelfinale setzte sich Siegemund zuvor in drei Sätzen gegen die Engländerin Jones durch. Am Wochenende spielt Siegemund für Deutschland beim Billie Jean King Cup in Sao Paulo und am nächsten Wochen dann beim Porsche Grand Prix in Stuttgart. Zurück zum Fußball. Die TSG Balingen steckt ja in der Regionalliga Südwest schon lange im Abstiegskampf. Zum Jahresbeginn hat das neue Trainergespann um Chefcoach Morat Isig das Kommando übernommen. Das Team zeigte zuletzt bis auf die 0 zu 4 Niederlage in Freiberg gute Leistungen, trotz nun drei Niederlagen in Folge. Punktemäßig ist der Abstand auf die Konkurrenz aber weiter zweistellig. Wir haben nach der 2 zu 3 Niederlage gegen Eintracht Frankfurt 2 noch ein paar Stimmen zur aktuellen Lage gesammelt. Bis auf das Freiberg-Spiel passt es im Moment, oder? Von der Leistung her, von den Punkten, nicht so ganz, da hätten wir heute noch ein bisschen was gebraucht. Ja, du sagst es. Also wenn wir heute jetzt mit dem Dreier das Spiel beenden, dann passt es auch von den Punkten. Also es war jetzt inhaltlich bis auf Freiberg alles gut. Auch heute wieder fast auf Augenhöhe gegen Eintracht Frankfurt gespielt. Von daher, ja schade, dass wir uns nicht belohnt haben mit Punkten heute. Jetzt sind es so genau auf dem Punkt drei Monate, wo du im Amt bist, insgesamt hier in Balingen bei der TSG. Das passt für dich, oder? Ja, super. Also es passt. Jetzt unmittelbar nach dem Spiel ist ja natürlich die Enttäuschung groß. Deswegen habe ich auch dieses Gesicht auf. Aber ansonsten passt es für mich. Also macht Spaß und die Jungs entwickeln sich gut. Von daher, alles gut. Ja, das passt. Und man sieht, glaube ich, auch, dass wir hinten raus spielen und Fußball spielen wollen. Und das klappt, glaube ich, auch ganz gut. Aber, ja, die Punkte fehlen halt einfach. Insgesamt, wie groß ist denn die Hoffnung noch mal an euch? Gehen ein bisschen die Spiele aus langsam, gell? Ja, das bringt ja nichts, jetzt darauf zu schauen. Wir müssen von Spiel zu Spiel schauen und dann schauen, wie die anderen Spiele laufen und sowas. Aber wir müssen auf uns schauen erst mal. Und das bringt ja nichts, jetzt irgendwie auf die Tabelle jetzt zu schauen. Abschließend lernen wir dann auch nächste Runde hier in Balingen? Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ja, wir versuchen alles noch. Aber natürlich wird es immer weniger, die Spiele. Und es sind weniger Punkte zu vergeben. Aber solange noch alles offen ist, geben wir alles. Mit dem Murat Isik passt es soweit, oder? Die Zusammenarbeit. Ja, klar. Ich denke, wenn man heute wieder das Spiel einfach anguckt, dann sieht man, welche Entwicklung die Mannschaft genommen hat. Jetzt in einer kurzen Zeit. So, der Trend zeigt nach oben. Heute bleiben zwar keine Punkte da, aber der Auftritt von der Mannschaft ist sehr, sehr positiv. Deshalb sind wir zum einen mit dem Murat, mit dem Trainerteam drumherum auch zufrieden. Natürlich auch aktuell mit allen Spielern, die hier eine wahnsinnige Moral, die bis zum Schluss alles nach vorne werfen und den Ausgleich machen wollen. Oder auch sogar den Siegtreffer zufrieden. Die Personalplanungen für die neue Runde laufen. Wir haben ja darüber berichtet. Ramse und Viventi werden den Verein verlassen. Einige Spieler wie Kapitän Schmitz, Sascha Eisele, Adrian Müller, Elias Wolf und der derzeit verletzte Moritz Kuhn haben noch Vertrag oder haben diesen schon verlängert. Auch im Falle eines Abstiegs in die Oberliga. Zum Kader dazustoßen werden dann die Eingewächste Bastian Mayer, Noel Feeherr und Samuel Schneider, der ja gegen Frankfurt sein Startelfdebüt feierte. Als erster externer Neuzugang steht ja bereits Simon Bohr-Fees, der 19-Jährige kommt vom Verbandsligisten VfL Pfullingen. Ja, es gibt der einen oder anderen, der den Verein verlässt, wie du richtig gesagt hast. Die anderen Gespräche laufen gerade auf Hochtouren. Dann generell haben wir ja schon viele Transfers im Winter einfach getätigt, um vorwegzugreifen, dass wenn im Winter der ein oder andere geht oder über den Winter hinaus, dass wir dann einfach schon den Umbruch zu keinem Umbruch machen, sondern zu einem Übergang. Und so wird es dann jetzt bis zum Sommer sicher noch die ein oder andere Veränderung geben. Gespräche laufen auf Hochtouren und dann schauen wir, dass wir im Sommer sind wir sehr, sehr zuversichtlich, eine gute Truppe haben, egal in welcher Liga. Aktuell Dennis Eppstein geht, U23-Träder und Jugendkoordinator. Warum? Ja, es ist sehr schade. Er hat sich entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern über den Sommer hinaus. Dennis macht hier einen sehr, sehr guten Job mit der U23 als sportlicher Leiter. Ja, müssen wir so respektieren. Es ist natürlich keiner happy darüber, also über die Entscheidung, aber wir respektieren es und verlieren hier natürlich eine Person, die in den letzten Jahren hier sehr gute Arbeit geleistet hat. Die von Ex-Profi Dennis Eppstein trainierte U23 der TSG ist in der Landessieger mit großem Vorsprung Tabellenführer. Zudem fungiert der 37-Jährige ja als sportlicher Leiter im Nachwuchsleistungsbereich. Wohin es ihn zieht, ist noch offen. Ich möchte eine neue Herausforderung annehmen, so Eppstein, der 2019 damals noch als Spieler zur TSG kam. Zudem möchte ich mich natürlich mit dem Aufstieg der zweiten in die Verbandsliga verabschieden. Lob für ihn kommt auch vom ersten Vorsitzenden der TSG, von Eugen Straubinger. Dennis hat herausragende Arbeit bei uns geleistet und wird sich sehr wahrscheinlich mit dem Meistertitel belohnen. Dass wir es nicht geschafft haben, ihn von einem Verbleib bei uns zu überzeugen, schmerzt sehr, so Straubinger. Die Suche nach einem Nachfolger läuft noch. Kurz zurück zum Nachwuchs. In der Pause der Partie am Mittwoch wurden die C-Union ja geehrt. Die sind zuletzt bei den deutschen Futsalmeisterschaften in Duisburg Dritter geworden und haben auch gute Chancen auf den Aufstieg in die Oberliga. Bei diesen Jungs dauert es natürlich noch ein paar Jahre, bis sie zu den Aktiven stoßen werden. Grundsätzlich wolle man aber junge Spieler aus den eigenen Reihen hochziehen und die Jungs Stück für Stück aufbauen, so Annel. Wir freuen uns ungemein, dass wir aus den eigenen Reihen Spieler haben, die sich für höhere Aufgaben empfehlen, ergänzt Straubinger, der auch via Stadionmikrofon den C-Junioren und dem Trainerteam gratulierte. Zurück zur ersten Mannschaft. Da sind wir mit den Personalplanungen gut in der Zeit und auf einem guten Weg, so Annel abschließend. Wir werden, egal in welcher Liga, eine gute Mannschaft zusammenstellen. Am Sonntag musste sich die TSG, wie vorhin vermeldet, beim FC Homburg mit 1 zu 2 geschlagen geben. Am kommenden Samstag ist mit der TSG Hoffenheim 2 wieder ein Spitzenteam zu Gast in der Bezerber Arena. Hoffenheim hat am Sonntag gegen die zweite der Eintracht mit 3 zu 0 gewonnen und liegt hinter den Stuttgarter Kickers auf Platz 2. Das war es vom Sport. Ihnen wie immer einen guten Start in die Woche. Vielen Dank.